Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Say Our Billions. Ja, wir tun hier eine Ecke der Insel nach der anderen reinigen. Und gucken einfach mal blöd, wie es hier aussieht, ne? Äh, geht mal hier hin. Ihr könnt hier weiter vor. Lass mich raten, das war ein Fehler, euch hier patrouillieren zu lassen, oder? Weißt du was, um die Jägerin ist, ist eigentlich fast egal. Genau, ihr sollt hier alle abgegradet werden, dann passt die Sache. So, Häuser und mehr Soldaten. Nahrung. Kann man sich drum kümmern, muss man aber nicht. Hier kommen wir 18. Ach ja, ich schallt am Gold. Äh, keine Jagdhüte. Aber hier noch 21. Dann hier nochmal ein bisschen Eisen. Dann hier nochmal eins von dir. Dann sehe ich, dass unser Strom langsam ausgeht. Dann sehe ich, dass uns das Gold ausgeht. Ein Traum. Wie immer halt, ne? Genau, tut hier mal weiterleveln. Braucht ja auch nicht mehr so viel, ne? Ähm, na gut, wenn ihr das habt, müssen wir nochmal hier gucken. Wenn wir hier auch wirklich alles gereinigt haben. Siehste? Da haben wir jetzt was übersehen. Jetzt kommt ihr wieder dahin. Ganz genau. Ist doch schön. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Schnuffelpower, damit wir mit den Häusern weiterkommen. Mhm. Ja, es sind einfach zu viele Runner. Aber Jägerin holt ja keiner hinterher immer gesagt. Ach ja, dann wollten wir hier noch weiter hochbauen. Da war ja was. Ach ja, kein Holz. Kommt, Sägemühlen. Wir müssen mittlerweile so viele Sägemühlen haben, dass es hier einfach nie und nimmer an Dingen scheitert. Wenn wir schon mal dabei sind, fehlen uns auch die Ballister-Türme, die wir erforschen müssten. So, sind alle Zählte mittlerweile ausgeupgradet? Aber dann bauen wir einfach mal... ...Wir ist ja weiter. Genau, einfach mal da runter mit euch. So. Und noch mehr Häuser. Wenn wir schon mal hier sind. Moment, hau mal die auf dieselbe Ebene. Dann reißen wir die Mauer hier ein. Kommt hier voran. Wurde ich mal sagen, seid hier Stoßtruppe Nummer 2. Du kommst mal mit. Oh, ich glaube, da haben wir einen Soldaten verloren. Jägerin, lass dich einfach mal fressen. Passt doch. Ist ja fast wieder heim, ne? So, und dann reißen wir hier mal die Mauer hier ein. Habe ich ein Abrisswerk zurück? Weiß ja nicht. Können's ja mal so machen. Äh, nein. So, wo ist denn die denn in Trouble? Ach da. Das schafft ihr easy, ne? Wird gelevelt, was das Zeug hält. Und ihr holt euch noch die hier. Ach ja, Futter wieder. Hm. So, wunderbar. Können wir hier noch Jagdhütten hinsetzen überall. Der Wald schreit quasi nach Jagdhütten, dass er damit gebaut wird. So. Ähm, Strom. Habe ich nicht erst kurz den Strom nachgebaut? Ist ja frech. Hau mal eine hier hin. Eine da hin. Komm, Holz. Ah, das geht. So, hier haben wir alles gekliert. Ist doch schön. Geht mal bitte hier hin. Mhm. Ähm. Zieh du dich mal ein paar Meter zurück. Du bitte auch. Nicht du. Du. Äh. Bitte auch da hinstellen, wo du schießen kannst. Ähm. Irgendjemand ist da fast tot. Naja, das überleben wir gerade so noch. So, dann können wir jetzt mal vorsichtshalber hier mal die Mauer hochziehen. Äh, Mauer habe ich gesagt. Alles klar, das ist die hinterste Linie, die möglich ist. Das passt mir dann halt von den Tesla-Spulen her nicht, aber... vor allem wegen der hier. Na gut, kommst du hier hin. Dann setze ich dich auch mal eins zurück. Und ihr müsst da mal weitermachen, Leute. Und ihr müsst da mal weitermachen, Leute. Dass wir hier quasi auch mal weitermachen könnten mit Tesla-Spulen. Hm. Ja gut. Arbeiter und Nahrung und alles mögliche haben wir ja mehr als genug im Moment. Alles im Überfluss. Ist doch schön. Entsprengen können wir hier noch ein paar Soldaten pumpen. So. Was ist denn dein Problem? Zu viele Male im gleichen Gebiet. Ja, wunderbar. Ist ja schön. Sind so viele Mauer in dem gleichen Gebiet? Und dann können wir mal damit anfangen, hier Türmchen zu bauen. Ein Turm. Wobei, wir gehen ja langsam die Ressourcen aus. Hm, dann zieht ihr euch mal zurück. Genau. Lasst aber nicht zu, dass die mir das Ding kaputt machen. Du gehst mal hier rüber. Du gehst mal hier rüber. Ei, 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 ei. Sind die heute wieder brutal unterwegs. Hm. Ähm, ja. Komm, runter da. Runter da. Habt das da oben? Das hat sich ja gelohnt. Aber zum Glück keinerlei Ressourcenverschwendung. Äh, da kommt noch ein Turm hier hin. Keiner da hin. Moment mal kurz. Wenn ich die Mauer hier hin versetze. Könnte ich das hier quasi wieder abreißen und auch in Turmen setzen, oder? Our Soldiers are in trouble. Glaube ich nicht. Genau, geht mal ein paar Meter vor. Hier ist niemand in trouble. So. Hier geht dann mal da mit dazu. Ich glaube, du brauchst da nicht mehr aufpassen. Einfach mal hier hin. Balliste, tu deinen Job. Genau, ein bisschen AOE-Damage hat noch niemandem geschadet. Ähm. Ballern. Äh. Nein, du nicht. Du. Dahin. Dann kann ich dahinter mit Maren wieder zumachen. Ganz genau. Und hier dann bitte ebenfalls. Wobei, Tor wäre hier vielleicht auch nicht verkehrt. Genau so wenig wie hier. Wo wir denn die Materialien zu hätten. Mhm. Geht mal da noch vorne. Ja gut. Die, die ich da irgendwo eingebaut hab. Das ist halt deren, ihr eigenes Problem. Ja, ja. Ein Problemchen. Ganz genau. So ziehen wir es auf. Wenn wir so viele Mauern brauchen, die so dick sind. Glaubst du gar nicht. Ja, guck mal. Da haben wir wieder ein Stück gereinigt. Und mir fällt gerade auf, dass wir die Insel zu langsam einnehmen. Wenn wir schließlich hier alles einnehmen wollen, dann müssen wir ein bisschen Gas geben. Weil wir lieber noch ein paar Häuser bauen wollen. Oh, Soldaten werden noch gepumpt. Wenn man das einmal vergessen hat, Soldaten nachzubauen. Wie? Dann wird's fies. Holz. Mhm. Das ist doch schön, wenn du in my service bist. Weißt du was? Da reißen wir mal auf. Jetzt setzen wir da einen Turm rein, dann kommt der Sniper hier rein. Genau, lock die mal hier rüber. Ballisten, go. Ist in Ordnung. Nicht jeder kann hier überleben. Ja, ja. Ähm. Geht mal hier hin. Und ihr geht da mal mit. Und ihr schaut euch auch mal da oben um. Ich hoffe, dass es einfach sein wird. Wo wir schon mal dabei sind. Da können wir die ganze Küste hier auch mal mit Fischerhütten zuklatschen. soo. Mhm. Wunderbar. Das geht wieder Futter ohne Ende. Genau, schaut euch mal da oben um, Leute. Oh. Ja, hallo. Da habt ihr ja richtig Glück gehabt. Schafft ihr das? Tadadam. Units under attack. Ja, ja. Units under attack. Dagegen kann ich momentan auch nichts machen, außer die ein bisschen zurückziehen. Aber wer will das schon? Und dahinter kommt die nächste Mauer. Den Zombies wird so schlecht gehen, wenn die hier lang wollen. So. Du gehst da rein. Wunderbar. Our forces are in danger. Danger, danger. Ja, kein Holz. Seid ihr noch in danger? Ja, genau. Ihr müsst da mal ein bisschen mithelfen, weil sonst nimmt das hier gar kein Ende. Geht ihr auch mal ein paar Meter vor. Wenn die hier alle eingerannt kommen, ne? Baller. Ja, ihr müsst da mithelfen. Leute, Gas geben. Hui. Gut, ich will ja nicht, dass die Mauer hier angekratzt wird. Von daher. Passt das schon. Und die Soldaten, die werden diesmal als letzte Verteidigungslinie herhalten und nicht mehr in der vordersten Front kämpfen und nicht mehr denken dann. Nicht mehr dann denken dann. Jo. Super Job. Well done, guys. Nicht genug Materialien. Das ist in Ordnung. Ja, ich hoffe, wir haben die Insel bald komplett gecleared. No, sagt sie. Äh, verfolgen. Genau, sucht ihr einfach mal. Dann kriegt ihr schon den Dicken hier. Einfach mal jagen gehen. So ist es fein. Läuft, läuft, läuft. Ähm, 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 ähm. Hm, Strom könnte man vielleicht nachproduzieren. Da auch noch mal 326. Da können wir direkt noch paar Häuser nachbauen. Weil der Goldfloh stimmt. Ich sagte ja, mit der Goldfloh stimmt, aber kaum sage ich, dass das stimmen soll, stimmt er plötzlich nicht mehr. Und der Holzfloh auch noch. Nee. Holz? Ich habe genug Materialien. Was fehlt denn noch? Gold? Ich habe es nur gut gemeint, aber hey. Äh, geht mal jagen. Ja gut, sammle das Öl noch ein. Könnt ihr euch mal bitte hier umgucken, bevor ihr woanders hingeht? Wunderbar. Da ist nichts mehr. So. Vom ja aus geht ihr mal auch verfolgen. Weiß ich doch nicht, ob alles okay ist. Aber das erfahren wir gleich. So. Auf jeden Fall weiter Arbeiter pumpen. Alles pumpen. Und zwei weitere Kasernen Minimum bauen. Reporting for Duty. Kasernen. Wo haue ich euch denn hin? Wenn ich das hier alles bis dahin voll machen will mit Türmchen. Leute, eigentlich. Soll ich mal alle auch verfolgen? Nee. Geht mal bitte alle hier hin. Genau, Ballisten kombiniert mit mal ein paar Schützen. Sollte es wunderbar funktionieren. Geht doch mal bitte hier hin. Ein paar werden drauf gehen, aber oder auch nicht. Das war doch super. Gut, auf der ganzen Map sind keinerlei Gerätschaften mehr. Also Zombies. Dann können wir hier da und dort. Das Problem wird dann sein, dass wir zu teuer sein. Das bedeutet, wir sollten uns wirklich damit beeilen, noch mehr Häuser hin zu klatschen. Aber meine Schnuffels, ich würde mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken und Tschüssi Li.